Was ist das Gesetz in der Bibel? Das Gesetz des Mose sind die ersten fünf Bücher in der Bibel oder die Tora, hebräisch für Gesetz, auch Penta, euch, griechisch für fünf Bücher genannt. Das Gesetz des Mose bezieht sich auf die über 600 Gebote und Vorschriften im zweiten bis fünften Buch der Tora. Wir bezeichnen die Gebote oft als das Gesetz des Mose, natürlich sind die tatsächlich das Gesetz Gottes. Mose war derjenige, durch den Gott Israel das Gesetz gab. Das Gesetz Mose sind die zehn Gebote, wie wir alle wissen. Gefunden in 2. Mose 20, 2 durch 17, wie sie Mose von Gott selbst auf dem Berg Sinai diktiert wurden, wie steht in 2. Mose 31, 18. Vers 12 Und der Herr, und merkt euch immer, wenn der Herr in Großbuchstaben ist, redet es von Gott, der Vater. Und der Herr redete mit Moses und sprach, redest du den Kindern Israels und sprich, haltet nun meine Sabbate, denn das ist mein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter oder Generationen, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er auch heilig ist. Wer ihm entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wow! Wer an ihn eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus sein Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist er Sabbat. Völlige Ruhe, heiligt den Herrn, jeder um seinen Sabbat-Tag eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. So sollen die Kinder wehen? Israels. Den Sabbat halten, in denen sie den Sabbat feiern, für alle ihre Geschlechter als einen ewigen Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern wehen? Esraels. Denn in sechs Tagen hat der Herr der Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihnen die beiden Tafeln des Zeugnisses. Tafeln aus Stein, beschrieben mit den Fingern Gottes. Doch das größte Gebot aus dem Gesetz des Mose ist, wie Jesus später auch erklärte, von 5. Mose 6, 5, ist parallel mit Matthäus 22, 37. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinen ganzen Herzen und mit deiner ganzer Seele und mit deiner ganzer Kraft. Matthäus 22, fangen wir am Vers 35 an. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihn eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinen ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das selbe schreibt auch Paulus und sogar Jakobus, Paulus und Galater 5, 14 und in Jakobus 2, 8. Galater 5, 14, Paulus schreibt, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jakobus 2, 8 Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Okay, und da wir schon mal in dem Buch Jakobus sind, gehen wir hier, ich möchte euch was zeigen. Jakobus wurde geschrieben für die Leute in den Trübsal später. Also Jakobus spricht für das 12 Stamm. Jakobus wurde geschrieben, und wenn man Jakobus liest, sollte man es lesen mit der Denkweise eines, einer Jude in der Trübsal. Das Gesetz Mode ist in drei Kategorien unterteilt. Moralgesetze, Zivilgesetze oder Gerichtsgesetze und Zeremoniegesetze. Moralische Gesetze spiegelten Gottes heiligen und veränderlichen Charakter wieder. Zu den moralischen Gesetzen gehörten die Sehnen Gebote. Zivilgesetze waren Regelung für das tägliche Leben des hebräischen Volkes. Diese Gesetze regelten Dinge wie Ehe, Scheidung, sexuelles Verhalten und Eigentumsrechte und legten die Strafen für verschiedene Verbrechen fest, die von Diebstahl über Entfüllung bis hin zum Verleumdnum reichten. Zivilgesetze betrafen die Art und Weise, wie die Israeliten Gott anbeten sollten. Die Zivilgesetze legten fest, wie Opfer ordnungsgemäß dargebracht werden sollten, Rituale durchführten und Feste feiern. Das moseische Gesetz wurde speziell der Nation Eser gegeben, wie wir sehen in Exodus 19, Leviticus 26, 46 und Römer 9, Vers 4. Leviticus 26, beginnen wir mit 45. Und ich will zu ihren Günsten an meinen ersten Bund gedenken, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, vor den Augen der Heidenvölker, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Das sind die Satzungen, die die Rechtsbestimmung und Gesetze, die der Herr auf dem Berg Sinai durch den Hand Moses gegeben hat, damit sie zwischen ihnen und den Kindern wehen Israel bestehen sollen. Die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Das Weck des Moisesischen Gesetzes bestand darin, Folgendes zu erreichen. Erstens, um der Nation Israel den heiligen Charakter des ewigen Gottes zu offenbaren, wie steht im dritten Buch Mose 19, 2 und in 20, 7 durch 8. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede mit den ganzen Gemeinden der Kinder wen? Israels und sprichst zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. 4. Mose 20, 7 und 8 Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Darum haltet meine Satzungen und tut sie, denn ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. 2. Um die Nation Israel von aller anderen Nationen abzuheben, wie steht in Exodus 19, Vers 5 Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und mein Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. 3. Um die Sündhaftigkeit des Menschen abzudecken, Galater 3, 19 Obwohl das Gesetz gut und heilig war, wie steht in Römer 7, 12, brachte es der Nation Israel keine Erlösung. Wozu nun das Gesetz? Die Übertretung wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, und es ist durch Engeln übermittelt worden in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz wegen der Verheißung, gegen die Verheißung Gottes, das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Römer 7 Hier spricht Paulus über, wie das Gesetz der Sünde offenbart. Wir beginnen in Vers 11 Denn die Sünde nahm ein Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig wurde durch das Gebot. Das sehen wir auch in Römer 3, 20 und in Apostelgeschichte 13, 38 und 39. Römer 3, beginnen wir 19 Hier spricht Paulus. So solltet ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allen, wovon ihr durch das Gesetz Mosel nicht gerechtfertigt werden könntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Viertens, um das Volk Israel, die an den Herrn glaubten, durch Opfer und Opfergaben Vergebung zu gewähren, wie steht es im 3. Moses Kapitel 1 bis 7. 5. Um der Glaubensgemeinschaft durch die jährliche Feste eine Möglichkeit der Anbetung zu bieten, das finden wir in 3. Mose Kapitel 23. 6. Um Gottes Führung für die körperliche und geistige Gesundheit der Nation bereitzustellen, wie steht in 2. Mose Kapitel 21 durch Kapitel 23, 5. Buch Mose Kapitel 6 Verses 4 durch 19 und Psalm 119, 97 durch 104. 7. Und 7. Um die Menschheit zu offenbaren, dass niemand das Gesetz halten kann und dass jeder die Herrlichkeit Gottes verfehlt hat, wie wir sehen in Römer 3, 23. Okay, fangen wir an in Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen auf alle kommt, die glauben. Denn es ist ein kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wenn jemand versucht, euch unter das Gesetz zu stellen, ist er ein Ketzer und ein moderner Pharisäer. Das Zweck des Gesetzes bestand darin, uns zu Christus zu führen, wie wir sehen in Galater 3, 24. Okay, lesen wir in Kontext. Fangen wir an bei 23. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt wurden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Um unter dem Gesetz zu stehen, muss man Judis sein, beschnitten sein, Werke tun, es einhalten und Blutopfer bringen. Diese Leute, die versuchen euch zu sagen, dass man kein Schweinefleisch essen darf, dass man den Sabbat einhalten muss und so weiter, sind falsche Lehrer. All diese Dinge waren alleine für Israel, den Juden bestimmt. Mit dem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung Jesu wurde das Gesetz erfüllt, wie steht in Römer 10, Vers 4. Römer 10 Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlichst und bitte Gott inständig, dass auch mein Volk gerettet wird. Denn ich kann bezeugen, dass die Israeliten Gott dienen wollen, mit viel Eifer, aber ohne Einsicht. Sie haben nämlich nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können und versuchen immer noch durch ihre eigenen Bemühungen vor ihm zu bestehen. Deshalb lehnen sie ab, was Gott ihnen schenken will. Dabei hat Christus das Gesetz doch erfüllt und somit ist es nicht mehr der Weg, um Annahme bei Gott zu finden. Wer Christus vertraut, wird von aller Schuld freigesprochen. Wer dennoch durch das Gesetz vor Gott bestehen will, für den gilt, was Mose geschrieben hat. Wer alle Forderungen des Gesetzes erfüllt, wird dadurch leben. Wenn ihr also das Gesetz einhalten wollt, denn viel Glück dabei, der Versuch, es Christus das Gesetz einzuhalten, kann euch nicht retten. Wenn ihr auch nur ein davon bricht, macht ihr euch das gesamten Gesetzes schuldig, wie wir sehen in Jakobus 2,10. Jakobus 2,10 Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber im einen verfehlt, der ist am allen schuldig geworden. Jesus war und ist der Einzige, der das Gesetz halten könnte und hielt. Nach seiner Himmelfahrt begann das Seitalter der Gnade und eine Kirche wurde geboren. Wenn wir uns 2. Timotheus 2,15 ansehen, werden wir angewiesen, das Wort Gottes richtig zu teilen. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nichts zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die offensichtlichste Trennung in der Bibel ist das Kreuz, das das Alte Testament von Neuem trennt. Die frühe Kirche bestand noch immer aus Juden, die Christus angenommen hatten. Und natürlich die Apostel, die zunächst nur zu Juden gingen und sie im Namen Christi mit Wasser tauften. Soweit ich weiß, ist Cornelius der erste Nicht-Jude, der gerettet wurde. Wir finden dies in Apostelgeschichte Kapitel 10. Obwohl es in Apostelgeschichte 8 gab es einer Äthiopier, der getauft wurde, vielleicht war er die Erste. Ich schätze, es ist Ansichtssache. Mit dem Tod, der Beerdigung und der Auferstehung Jesus begann ein neuer Bund mit Gott und ein neues System. In Apostelgeschichte Kapitel 15 sehen wir eine Diskussion darüber, dass das Gesetz nicht länger notwendig ist und dass wir nur durch Gnade gerettet werden. Lesen wir jetzt Apostelgeschichte 15, Vers 7 durch 11. In Jerusalem wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Leitern herzlich aufgenommen. Dort erzählten sie ebenfalls, was Gott durch sie unter den Nicht-Juden getan hatte. Aber auch hier forderten einige der Pharisäer, die gläubig geworden waren, man muss die Nicht-Juden beschneiden und von ihnen verlangen, dass sie das Gesetz von Mose befolgen. Daraufhin setzten sich die Apostel und die Leiter zusammen, um diese Frage zu klären. Nach heftigen Wortwechseln stand schließlich Petrus auf und sagte, Liebe Brüder, ihr wisst doch, dass Gott mir schon vor langer Zeit aufgetragen hat, die rettende Botschaft auch denen zu verkünden, die keine Juden sind. Denn auch sie sollen Gott vertrauen. Und Gott, der jedem Menschen ins Herz zieht, hat sich zu ihnen bekannt, als er den Nicht-Juden genauso wie uns den Heiligen Geist gab. Ja, Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Er befreite sie von aller Schuld, als sie an ihn glaubten. Warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern und diesen Brüdern und Schwestern eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Wir glauben doch, dass wir allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Dasselbe gilt auch für die Nicht-Juden. Gnade nach dem Gesetz des alten Bundes bedeutete, dass man, wenn man sündigte, einen Blutopfer als Söhne für seine Sünden bringen müsste, um Vergebung zu erhalten. Mit Gottes ultimative Opfer der Hingabe seines eingeborenen Sohnes Jesus Christus wurde das Gesetz erfüllt und es gibt keine Sündenschuld mehr, die beglichen werden muss. Lass uns Johannes 3,16 und Johannes 1,17 sehen. Vers 15 Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber nun ist uns durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Warum also um alles in der Welt sollte jemanden das Gesetz heute befolgen wollen, wenn Jesus alle Sünden vollständig bezahlt und ans Kreuz geschlagen hat? Das Gesetz ist in unseren Herzen geschrieben. Römer Kapitel 2 Fangen wir bei 14 an. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Sich unter das Gesetz zu stellen bedeutet, Jesus und das, was er am Kreuz getan hat, zu leugnen. Jesus bezahlte alle Sünden vollständig und nagelte das Gesetz und seine Forderung ans Kreuz, wie wir sehen in Kolosser 2, 14 und 15. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, in dem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaft und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sich sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an denselben. Zu versuchen, dem Gesetz Mose zu folgen, ist so, als würde man sagen, nein, Jesus, wir wollen deine Sünde nicht. Wir können es selbst tun oder wir müssen etwas dazu tun. Was du getan hast, war nicht genug. Das ist blasphemisch, selbstgerecht und eine Schande. Wer sowas macht, ist aus der Gnade gefallen, wie wir sehen in Galater 5, Verses 1 durch 5. Galater 5 Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Ein Konflikt zwischen Gnade und dem Gesetz kann entstehen, wenn jemand eins missversteht den Zweck des Gesetzes, zweitens definiert Gnade neu als etwas anderes als Gottes Wohlwollen gegenüber der Unwürdigen, drittens, sich eine eigene Erlösung zu verdienen oder das Opfer Christi zu ergänzen wollen, viertens, folgt dem Fehler den Pharisäer, von Menschen gemachte Rituale und Traditionen in seiner Lehre einzubeziehen. Römer 11,6 und 7 Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um die Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um die Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Wenn der Heilige Geist unsere Suche in der Heiligen Schrift leitet, können wir studieren, um uns vor Gott als bewährt zu erweisen, wie steht in 2. Timotheus 2,15 und die Schönheit einer Gnade entdecken, die gute Werke hervorbringt. Wenn wir ohne Christus sind, werden wir in den Augen Gottes zu Recht durch das Gesetz verurteilt, dass sein Diener Mose gegeben wurde. Wir zwingen gute Werke, weil Jesus uns gerettet hat und nicht aus Angst, die Erlösung zu verlieren, was unmöglich ist. Wie kann man ein Geschenk Gottes verlieren, der ewig gilt? Unmöglich. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. So, das war es also mit diesem Video. Ich hoffe, es war erbaulich. Bitte, Geschwister, liken, kommentieren und teilt dieses Video. Das zeigt der YouTube-Algorithmus, dass die Botschaft am Meer Zuschauer weiterzuleiten. Denkt immer daran, Geschwister, ich liebe euch allen Herrn. Hier geht es nicht um mich, es geht um die Wahrheit der Bibel und die Verbreitung des Evangeliums. Amen.